In der offiziellen Bevölkerungsstatistik sind mit Stand 1. Jänner 2023 in Österreich lediglich zwölf Personen als divers registriert. Drei Bürger geben an, inter zu sein, drei weitere sind offenbar für alles offen. Das zeigt ein Ergebnis einer Express-Recherche. Weil diese Zahlen so klein sind, werden sie nicht einmal weiter aufgeschlüsselt, etwa nach Bundesländern. Nichtsdestotrotz stellt der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch 260.000 Euro Steuergeld für das Projekt Queer Facts zur Verfügung. Das Ziel, durch Bildungsworkshops sollen Diskriminierung und Vorurteile erst gar nicht entstehen. Außerdem sollen Einblicke in queere Lebensrealitäten gegeben werden. Der Gender-Wahn geht also auch nach dem Bright Mounds munter weiter. Allerdings verschlingt dieser Wahnsinn immer mehr Steuergeld, das eigentlich bei weitem besser im Gesundheitssystem aufgehoben wäre. Denn in unserem ach so gelobten Österreich müssen Patienten in Spitälern auf dem Boden schlafen. Es fehlen Ärzte und Pfleger und Kranke werden mit langen Wartezeiten auf Operationen gequält.